Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Daddy Boy Daylight Diesmal, mal als Killer, wir spielen The Pig, der neue Killer aus den Thor-Filmen Ja, diese Neue, wenn man The Pig spielt, das sind die sogenannten Jigsaw-Boxen Sobald man einem Überlebenden einen Falle angelegt hat, muss er diesen Boxen nach dem Schlüssel suchen Ja, das war der besondere Angriff, den die, ähm, den dieser, äh, den man hat Aua Ich bin doch nicht doof, du Spiel leider gegen eine relativ erfahrene Survivor-Truppe Deswegen kann er mich relativ gut verarschen Weil obwohl ich relativ viele Spieler nicht bei der Nacht hab, bin ich kein sonderlicher Fahnener Gut, das war jetzt doof von ihm Dann hab ich nicht mit mir gerechnet Der ist ja war noch irgendwo, ich hab ihn grad jammern gehört Ah, die Runde werde ich abkacken, glaub ich So, und da kann man die halt ganz schnell angreifen damit Die ist doch grad in den Schrank gegangen, oder? So, jetzt demonstriere ich auch mal, wie das mit der Falle aussieht So Und man hat halt vier Stück dabei Für diejenigen, die genaueres wissen wollen, denen empfehle ich mal ein Dead by Daylight-Video Zu diesem Chapter, äh, zum Sword Chapter Nicht? Gott, den Jungen hab ich gar nicht gesehen Moin Das läuft Ja, das sieht nicht gut aus für mich gerade Wie gesagt, ist halt eine erfahrene Truppe Ich glaub, der eine hat über 700 Stunden Da machst du dann halt nicht so viel Vor allem, wenn man Noch nicht so wirklich eingespielt ist mit dem Killer So, ja, das hab ich zwar mitgekriegt Nicht, dass die den darunter genommen haben Aber Priorität haben jetzt erstmal die Generatoren Moin Blendet Und die ist hier Falle losgeworden, sehen wir unten links Jawohl Schön vorbeigeschlagen Oh, dann so halt Ich geh davon aus, dass die da hinten am Generator arbeiten Ne Wie vielleicht Keiner Da sind Kratzer Wer hat das ja gerettet? Und geheilt Und geheilt Hm, Dala Die sind noch frisch die Blutspuren Also die Kratzer Hier hören wir auf Ja, vorbeigehauen Kriegt ja einen Drehkreise, Alter 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 Mal da lang Nicht doch, Alter So ein Scheiß Mach gerade echt nicht mal ein bestes Spiel Ich dachte, es gibt jetzt weniger Paletten Das gibt's doch gar nicht Wie schlecht bin ich gerade? Nicht zu fassen Die konnte man ja gar nicht verlieren eigentlich Hä, da Mann Das gibt's doch nicht WTF, Alter Spiel ich für ein Das gibt es nicht Ja, dann los, lauf raus Husch Husch Schön nochmal Punkte fahren Machen sie mir Machst du bitte Ja, war eine schlechte Runde von mir, Alter Jetzt lauf doch raus Na gut, ich mach auf jeden Fall noch eine zweite Runde hinten dran Und wir sehen uns dann gleich Nach dem Cut So, zweite Runde heute Willkommen zurück Wieder mit dem Peak Und ja, eben hab ich ja ganz schön abgecut Hoffentlich läuft's jetzt besser Ich muss ja meine Ehre jetzt wieder herstellen Leck Hallo Keiner da Und was hat er denn andere Moin Das war ja Irgendwas zu schwer jetzt ist es einfach Immerhin Einmal rein Und hin Wo seid ihr? Ja Meine Lieben Was ist denn mit Peschke Wischung zu gehen? Du hast schon tot Ich war zu langsam Aber du hast Du hast dich einfach sterben lassen Finde ich Na ja auch nicht Du kannst ja egal sein Moin Moin Mal gucken, ob sie dich auch einfach sterben lassen Wäre ja nur verdient Wäre ja nur verdient So nicht. Einhauen am Swaggen. Wo ist er? Da ist er. Einmal geht die spannende Musik los. Ach, mein Junge, ich bin doch nicht doof. Du schon. Oh, da ist gerade ein Haken frei geworden. Wie praktisch. Hallo. Tod. Ich mach erst mal den hier kaputt. Verdammt. Hallo, Maus. Dank, Alter. Ja. Mit meinem Maus rumgespackt. Ja, und der Timer von dem Einhorn am Swaggen da geht jetzt natürlich nicht los, weil der geht erst dann los, wenn ein Generator angeht. So lange hat er heute Namen Freiheit. Und unendlich viel Zeit sehen, Schlüssel zu finden. Ja, war klar. Da habe ich einen Schrank gehört. Keiner. 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 Keiner, Keiner. Keiner. Oh no, all the sights. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Wie? Alter, ich bin gerade sowas von schlecht. Wenn der nicht so unachtsam gewesen wäre. Das gibt's nicht. Ich bin so furchtbar schlecht gerade. Also. Unglaublich. Wahnsinn. Eigentlich bin ich nicht so schlecht, also. Ich spiel nicht oft, aber so schlecht bin ich eigentlich nicht. Du schon wieder. Diesmal krieg ich dich. Sag ich doch. Das war die letzte. Hier nicht irgendwo drin. Da. Moin. Moin. Wo bin ich denn so eilig? Jetzt hab ich ihn wieder verloren, oder? Nee, da. Da läuft er. Einmal an den Haken. Und gute Nacht. Jetzt sehen wir ihn beim Sterben zu. Ja. 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 so schlimm sieht die gar nicht aus und schau So, nach der schlechten Runde eben jetzt eine wirklich gute Runde, alle vier gekriegt und ich würde sagen, das reicht dann für diese Folge erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Tom und bis dahin.